die künftige Generation erleben wird. Und so möchte ich vielleicht ein paar der künftigen Generationen bitten, dass ihr vielleicht die Kerzen anzündet, die ihr dort findet, als Symbol von Licht, von Freiheit und Liebe. Und deswegen in der Zeit ein Friedensmacht war. OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NARAYA NAYA O namo nalaya nalaya 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 O namo nalaya O namo nalaya nalaya O namo nalaya O namo nalaya O namo nalaya Das war's für heute. Amen.